Willkommen zurück zu einer neuen Runde Rainbow Six Sieg. Mit dem Tower, dem René, dem Bubbes, dem Swiss und dem Mono. Wir haben es geschafft, eine Truppe zu bilden. Das ist gar nicht so einfach. Ja, wir haben es geschafft, eine Truppe zu bilden. Wir müssen ja eine bestimmte Vorgehensweise. Erst den einladen, dann den einladen. Dann muss der das Spiel neu starten. Genau. Das ist das eingebaute Rätselspiel von Ubisoft. In welcher Reihenfolge kommt man ans Ziel? Professor Layton und das Geheimnis des Ubisoft-Hautquartiers. Ja, aber Swiss hat das Geheimnis ja schon verraten. Die Probleme gibt es seit dem ersten Update nicht mehr. Achso, hier ist halt das Problem. Videobasis. Was? Komm mal nach unten. Ja, wir spielen den Arie. Oh, die sind unten. Ja, sind sie, wo unten, wa? Sind unten. Ich nehme schon wieder 22 Minuten drauf. Jetzt fängt die erste Runde an. Ganz oben. Wo? Mann, zu Hause sind sie. Ja, die sind bei mir. Alle zu Hause. Da ist ein Mute an der Treppe. Ja, auch unten auf der anderen Seite ist auch ein Mute. Wie komme ich denn da unten? Die Luke oben ist noch nicht verstärkt. Man weiß es nicht. Nein, ich weiß es. Deswegen sag ich es ja. Tirok fährt planlos durch die Gegend. Komm man da nicht durch? Ich fahre überhaupt nicht. Nee, du stehst planlos. Alles klar, die schießen durch die Luke. Aus irgendeinem Grund. Wo gehen wir denn lang? Das ist... Ähm... Vielleicht hier unten durch den Tunnel. Äh... Soll ich da mal eine Drohne reinschicken? Ja. Ja, mach du mal. Lebt nur! Aber im Moment, du bist der Einzige, der da steht, René. Da ist auch einer. Fuck. Alles klar. LOL! Der Skillmaster ist schon wieder draußen. Wieso bist du tot? Ja, weil Frost mich rechts gemacht hat. Ich hab Frost gemacht. Ich hab den Swiss gesagt, wo der ist... Der wollte gerade eine Frostfalle legen. Ha! Trottel. Okay, Zarok. Du hast das Schild. Also, ich hab irgendwie das Gefühl, der Baller wäre durch. Ja, hat gerade jemand aufgemacht, ne? Schön. Ich hab Ninja Assist. Und ein Kill Assist. Das sind genauso viele Punkte. Oder mehr. War gut, Swiss. War gut. Kommt mir jetzt gleich noch einer raus. Tontraumschießen. Wir warten jetzt einfach hier. Was macht ihr so? Also, ich würde hier oben rein. Ja, dann. Macht das. Tschüss. Das ist der Swiss mal der Erste, der zur Action geht. Das ist auch eine seltene. Normalerweise ist das Swiss mal der, der wartet, bis alles fertig ist. Und weg ist der Swiss. Ich hab geguckt. Und? Äh, ja. Ist da was? In Gang, ne? Hast du eine Breach? Mach mal bitte hier sonst. Oh geil, da ist ein Gang. Ich hab sogar drei Breaches. Ja, eine reicht erstmal. Deck mich. Loll, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Mach auf, schnell. Ähm, wer fährt hier gerade Drohne? Der kommt, der kommt. Ich war das eben. Von wo, von wo? Kannst du es durch? Der ist nach links weggelaufen. Ja, der war eben noch im Fluss nach links weggelaufen. Das war ein Jäger oder sowas. Okay. Kriegen wir Unterstützung von anderen? Oder müssen wir das jetzt alleine machen? Ähm, bleibt in Ordnung. Oben sieht klar aus. Wenn du hochkommst, dann schiebt dir aus Versehen den Kopf. Hat's nix von da oben rein? Füge ich heute. Leute, wo seid ihr so? Ne, da ist er zu. Der war da, ne? Ja, aber der Boden ist so drücklässig, oder? So Holzboden. Ne, 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 ne. Ach so. Ach, da ist hier vier. Ah, der eine ist hier drinnen gleich. Du kannst, du kannst über der Treppe, kannst du runter, ja? Was war denn das für ein Jämmerl? Loin! Da steht einer auf der Treppe. Nein, da ist noch einer! Swiss macht den weg! Swiss macht den weg! Swiss macht den weg! Schön, Swiss. Wir machen das alles alleine. So. Ich muss nachladen. Ich auch. Also direkt hier hinter ist einer hinterm Schild. Warum müssen wir eigentlich hin? Da rüber. Jetzt da nach links. Soll ich mal in Gang gehen und gucken? Ist da einer, wo du bist? Wo steht der, wo steht der? Ja, ja. Schönes Wissen. Ja, wir haben die Runde mal alleine gemacht, ne? Aber schön, dass ihr da oben tot war. Wir haben da unten aufgeräumt, Junge. Wir haben da unten aufgeräumt, Junge. Ich und Swiss haben Cross geschaut, nicht nach rechts hin und nach links hingekillt haben. Das hab ich nicht mitbekommen. Ich war so konzentriert mit meinem Weg. Hast du überhaupt jemanden gesehen? Es left the game, es left the game, es left the game. Oh, wir destroyen die Hard. Das ist ja auch der Luschi-Berd-Modus. So, komm, ich mach Rüstung, weil Rüstung ist einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ja, ich würde sagen, dann gucken meine Zuschauer einfach bei den anderen. Bei mir gibt's nix zu sehen. Weiter geht's. Warum? Weiter geht's. Hast du ja schon wieder scheiße gebaut? Nee, weil ich keinen gesehen hab. Achso. Achso. In meiner Sicht einfach langweilig wäre. Bei den anderen. Ich und Swiss haben Leute erschossen. Der Popo hat geguckt. Nee, der hat tatsächlich noch einen Assist gekriegt, dafür, dass er in der ersten Sekunde gestorben ist. Wieso? Ich hab... Der Popo hat einen gesehen, aber hat keine Ansage gemacht, wo der ist. Die gingen ja alle gerade. Hat er. Den hab ich zu euch gescheucht mit den, ähm, Dings. Der ist gestanden. Nee, nee, der stand vorhin bei mir. Bei einer Treppe. Ja, aber der C4 von dem Vollidiot, das war ein ziemlich lächerlicher Versuch. Ja, aber hast du es gehört, hast du es, ne? Ja, natürlich. Der hat auch richtig lang gebraucht, um das zu werfen. Ja, der sieht geil aus vom Lager. Der hat langsam gebraucht. Ja, er hat es einfach mal in die Hand genommen. Für ihn in die Hand nehmen gibt's ja einen Sound. Und dann ist er da mit noch fünf Sekunden rumgelaufen. Ich glaub, wir dürfen gleich alle vier drücken. Nee. 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 Tatsächlich. Rüstung ist einfach. Hier ist Rüstung. Ich bin fertig. Geil. Rüstung ist einfach. Rüstung ist fertig. Rüstung ist einfach. Rüstung ist fertig. Machen wir oben komplett dicht. Machen wir oben komplett dicht. Zwei-sichtig. Ich brauch, äh, Valkyrie, ich brauch hier, wir brauchen hier oben eine Kamera, würde ich sagen. Ja. Hier oben eine Kamera. Wo wird es eine haben? Na ja, weiß nicht, irgendwo da so oder so, dass man den ganzen Raum hier überdecken kann. Ich hoffe, ich mach die jetzt nicht kaputt. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Okay, die ist da ganz gut. Wurde entdeckt. Eine habe ich. Wurde entdeckt. Wer macht das Scheißdinger dann endlich weg? Ja, der haut ihn ab. Wenn noch jemand zwei Verstärkungen hat, könnten wir hier oben vielleicht noch welche gebrauchen. Wo? Und zwar da. Da so. Da, hinter dir. Die beiden. Wir haben, hat die überhaupt... Warte mal, da müssten theoretisch noch zwei Verstärkungen über sein. Ja, ich habe auch noch. Hier ist noch eine Wand. So, René guckt so. Ich höre Glatz. Ich höre Glatz. Ich glaube, Zarok ist gleich tot. So, ich gucke Kameras. Hier vorne, wo ich markiert habe, ist einer. Ah, wo ist das? Ach, hier. Die ist auch okay. Ach, da sind zwei oben. Ja, okay. Loll. Loll. Und Left again. Äh, Blackbeard gesehen und zwar... Ich weiß gar nicht, wo das ist. Geil, Swiss! Erdgeschoss auf jeden Fall. Die müsste irgendwo... Das sind Ansagen. Wir haben nur so ein kleines Erdgeschoss. Ja, die kommen über hinten. Über... Warte, ich markiere jetzt... Direkt im Haupteingang. Von da sind kommen zwei. Da war Blackbeard auch in der Erde. Ich sehe keinen Ping. Hä? Ganz rot. Der drohte Ding da, hinten. Links von dir. Unten. Okay. Ja, dann warten wir mal, ne? Da ist eine Drohne bei mir reingefahren. Ich habe es hier erwischt. Das heißt, da kann eventuell aufgemacht werden. Müssen wir aufpassen. Mein Auge juckt. Oh, Pappis, Pappis. Aua. Wer war das? Blackbeard. Ja, muss dein Fuß schießen. Kommt er rein? Ja, ich habe das Schild getroffen. Noch ist nicht ganz offen. Noch kann er nicht reinkommen. Da muss man gegenhauen. Mono. Unter mir. Haben die die Luke aufgemacht? Ja, ja, ja. Jemand schild weggemacht. Hier oben ist auf jeden Fall keiner. Da ist eine Drohne. Die haben von unten die Luke. Das weiß ich nicht, wo der war. Ich bin, äh... Hä? Jetzt bin ich mal gespannt, von wo der hier kommt. Wo? Den habe ich gar nicht gesehen. Er unten, diese... Wo links und rechts die Türen sind. Nice. Der hat ein Loch. Ach du meinst, der hat zwei gemacht? Wow. Nein! Schade. Was ging da? Ja, von hinten. Da kann ja jeder. Schade. Der hat eine miserable Teamleistung. Mhm. Fehlen da Ansagen. Ganz klar fehlen da Ansagen. Ja, das stimmt allerdings. Da ist da... Puh. Ich habe dir gesagt, wo. Oh, oh ne. Wir kriegen doch mit dem Popo gleich wieder alle C4 in die Fresse. Oh, oh, wieso? Ach so, weil er sein Schild hat. Ja, der läuft halt alleine. Ey, wir haben ein ballistisches Schild. Ja, wer hat das? Ja, der Popo. Ja, lass mal alleine gehen. Ähm, wir sind auch hier. Ich höre sie hier. Haps. Drei Kills, vier Kills, ein Kill. Null, null. Mono, da muss noch was kommen. Mhm. Oh. Ah! Verdammt. Mono, lebst du noch? Ja. Dann bleib mal da. Nein! Guck mal genau. Oh, er hat mich. Puh. Okay, wie machen wir das? Eine Portion Mitleid. Das wüsste, wir machen das wieder alleine, oder? Äh... Ey... Weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie wir das erste draufgehen. Wir werden jetzt angenommen. Du könntest mit Blackbeard da oben durch das Fenster gucken. Durch welches denn? Naja, dieses lange, schmale, da wo halt oben ist. Ja, aber da ist es hin, ja unten. Ja. Hilft dir nix. Wir könnten auch da reingehen. Gibt es da irgendein Fenster, wo ich direkt gucken kann? Ja. Also hier, im Erdgeschoss ist keiner. Im Erdgeschoss ist keiner, da ist aber das Ding. Das ist irgendwo, die Latte. Ja, direkt vor dir, meine ich, du. Wo ist denn die Wand, die man kaputt machen kann? Hier wurde gar nichts verstärkt. Wir könnten von oben kommen, wenn jemand mit einer Breach kommt. Also ich komme... Ach, ihr seid alle woanders. Äh, Swiss, ich kann zu dir kommen. Ich bin auch. Ich habe einen Hammer. Ich habe Breach. Ähm... Ich muss nochmal gucken. Ich glaube, hier könnte jetzt jemand sein. Ja, die könnten hier auch vorne aufgemacht haben. Lass mich da mit Blackbeard gucken. Ich habe dachte... Nein! Ähm, dann... Dann komm mal hier rein. Mach mal hier auf. Können wir von da... Warte, mach mal raus. Lass mich, lass mich, lass mich. Ich muss gleich gucken, ob da clear ist. Nice Mono! Ganz im Weg. So, und jetzt links rum. So, ist clear. Also sehen tue ich bis jetzt niemanden. Jetzt wurde ich geflasht. Ja, das kann gar nicht sein. Ich wurde auch geflasht. Wie denn? Ich war ein Stock weiter unten. Ja, so den Flash habe ich gesehen, ja. Mono, du könntest... Mach nochmal hier auf. Leute von hinten. Karok, das war bei dir. Ähm, Mono. Ich hab ne. Immer wenn du Zeit hast, ne? Ich hab... Ich hab das Fenster im Blick. C4 kommt. C4 kommt, René. Ich hab mit euch gesagt. So, Mono, du kannst nochmal hier gucken. Jetzt mach ihn fertig. Der hat rausgeguckt. Soll ich nicht lieber gucken? Der kann nicht angehen. Nein, Mono. Was gehen da ab? Was sind das für Fenster? Lass mich gucken, lass mich gucken. Ich bin der Gucke. Und wenn er frei ist, gehen wir da rein. Boah, da hat er ihn geschluckt. Ist frei? Ja. Ich seh, es ist... Jetzt seh ich... Ich geh da jetzt rein. Und dann mach mal hier daneben an auf, Mono. Ja. Die Wand. Ja. Leute, hier sind wir. Ich bin in die Gangaufsicht. Können wir rein? Mhm. Könntest du gerade durch noch aufmachen? Die Wand? Am anderen Ende? Lass mich erst mal den Bereich hier ein bisschen aus spänen. Ich kann die Luke hier aufmachen. Ich drohne jetzt. Ey, Wand ist auf. Breacher der Luke ist auch. Mono, hier jemand lauft. Ah. Ja. Ne, Mono. Der hat ihn auch gehört. Der ist eine Droh. Achso. Ähm. Kann jemand mit meiner... Abfragen. Ich wollte gerade sagen. Kann jemand mit meiner Kamera gucken? Oh. Oh. Das wäre ein jämmerliches C4, Junge. Pass auf, schieß mit der Shotgun da unten rauf. Lol. Alles klar. Das war ein One-Shot. Wo war der? Unten. Der guckt hoch. Ich wollte leider zuerst schießen, aber gut. Wer meint, er muss einen One-Shot machen? Ah, okay. Lebt noch jemand? Ja, Mono. Hm. Mono, wir machen das jetzt. Ich habe noch 20 Sekunden. Ja, ihr müsst da jetzt tatsächlich mal... Achtung, Shotgun, wie gesagt. Frost mit Shotgun. Der war ja links, Mono. Jetzt. Wo ist der Kaffee? Rechts, 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 rechts. Rechts von der Luke. Wow. Wow. Nein. Jetzt, was macht der Torch? Schattet ihr dich jetzt oder was? Der macht gar nichts. Herzlich willkommen. Jetzt. Wow. Und selbst den, wenn ich was schlusset. Oh, Mann. Da habe ich nicht dran gedacht, dass da so ein Ding liegen könnte. Ja, hat keiner dran gedacht. Schade. Ich habe gedacht, schnell rein droppen. Hallo. Mein Gott. Ui Soft. Lass mich doch mal gucken, wenn ich gucken will. Wow. Spaß. Okay. Ähm. Wir müssen uns wieder einstellen. Wir haben lange nicht mehr gespielt. Korrekt. Ich mache wieder Rüstung, weil Rüstung ist einfach. Ja, wenn sie wahr sind. Wir haben wirklich lange nicht mehr gespielt. Ich bin am Strafraum mit der Hand so hingegangen, weil das passiert jedem mal. Ja. Der hat auch lange nicht mehr gespielt. Ja, genau. Sobald. Rüstung fertig. Oh, direkt auf der Luke. Vielleicht nicht so gern. Da verlangt unser Bundesjogi immer rutsch die Disziplin. Und dann... Lass uns mal überlegen, wo wir zumachen. Okay. Genau. Mono, mach mal dazu. Naja doch. Ich mach hier zu. Äh, die Drohne ist drin, glaube ich. Ich hör was. Einer hab ich bekommen. Okay. Mach dir hier oben noch zu? Noch zwei Westen. Ja, ich muss noch eine holen. Bin auf dem Weg. Wieso kann ich hier nichts entstellen? Wieso kann ich... Haben Sie die Türen hier noch offen? Ich hab nur mein Dings hingestellt. So. Nach den kleinen Fehlerchen. Ich überlege gerade, ob wir die Luke vielleicht aufmachen wollen. Hat jemand eine Shotgun? Nein. Nein. Ja, aber ich bin hier oben. Ach, ganz da oben? Okay. Denn ich nehme mir die Zeit und guck Kameras. Oh, hier wird aufgehört. Wie sieht's vor dir aus? Da ist noch nichts. Ja, läuft's hoch. Schön. Drohne kommt rein. Bob, es kommt zu dir hoch. Bei mir ist... Bei mir ist was. Geil. Ja, hab ich auch mal. Das ist auch gegangen. Dann mach das mal. Ähm. Kamera hat mich beschossen. Ich seh noch nichts. Ja, das sind die. Mono. Ah, wirklich? Mono, äh, weißt du, dieser kleine Raum links von dir, weißt du? Gegenüber dieser kleine Raum. Da ist einer drin und Blackbeat ist da auch. Ja, da hab ich aber kein Gesicht drauf. Gas! Jetzt hat all sein Gas verschwendet, ne? Ja. Überhaupt jemand in der Nähe? Nein, an der Tür, an der Tür, an der Tür. Ich bin down, ne? Ja, aber ich kann da nicht rein. Blackbeat ist tot. Oh, leid. Darf ich komm? An der Tür, an der Tür, pass auf! Ja, hol, ich hab ein Assis gekriegt. Jetzt bitte, die anderen hier. Wer lebt noch? Reiß auch mal was. Nein! Fuck! Okay, wir haben verloren. René kommt wieder her, ne? Ja. Ja, wichser. René hinter dir oben ist da einer auch noch reingekommen sein, ne? Ja, der soll hier erstmal hinkommen. Da vorne wurde gesmoked. Ne, der steht da an der Tür. Schön. Einen noch. Biohazard Container securing paused. Take out the hostels. Jo, gar nichts. Auch nicht. Kameras ist auch nichts mehr zu sehen, oder? Oh, der letzte hat auch ein Todes-Ping. Tausend-Ping-Leo-Kön-Jö-Kön-Mal. Geht. Geht. Da ist er. Jetzt mal weg! Jawohl. Schön. Gott sei Dank hatten wir den Swiss noch über und nicht den Popo. Ah, das war mir zu spannend. Schöne Reaktionszeit. Und warum schon wieder Defend? Ah, ich will Defend. Rüstung, Rüstung, tralalala. Mute oder Bandit? Mute oder Bandit? Wie viel Rückwalt, wenn du bekommst, ne? Ja. Also, der Houston wird frech, dann wird der erstmal gereportet. Hallo, der hat einen freundlichen Smiley dahinter gesetzt. Wow! Rüstung! Rüstung! Du Hurensohn, Doppelgumpe! Rüstung! Rüstung! Ja, ist ja gut. Wir haben heute Schweizerwochen, da geht alles ein bisschen nötlicher zu. You've been spotted, geht ja schon mal gut los. Ich hab zwei. Nee, in den Popo holt den René, oder was? Hast du ne Kamera rausgeschmissen? Nee, das geht doch jetzt noch gar nicht. Nee, Theorie, also ich glaub, das soll mittlerweile gehen. Was? Nein. Warum hebst du den Mute-Ding jetzt da auf? Nee. Ja, okay. Nee, denn es wurde aber gefixt, dass sie zerstört werden. Das war vorher ein Problem. Hier ist irgendwo ne Drohne. Die Opferdrohne hat den Bio-Gefago-Container gefunden. Sind wir eben im ersten Stock? Ja, ne? Nee. Nee. Wand links! Wo geht's los? Wo geht's los? Haupteingang. Haupthalle. Ja, da war ich selbst schuld. Ist halt ein Fehler, wenn man rausgeht. Da laufen drei Stück. Ah, Blackbeard. Zack. Wo ich markiert hab. Jawohl, Popo. Wir kriegen Schützenhilfe von hinten. Schön, Mono. Jawohl, Mono. Jetzt unsere Offense taut auf. Wow. Er war auch nicht gerade schnell reagiert. Unsere Offense taut auf. Drei, Drei. Guckst du Kameras? Zau. Ich hab ihn gehittet. Würde ich, aber alles ist kaputt. Er hat mich gehittet. Er ist vor der Tür bei euch. Quasi zwischen Todespunkt und euch. Ja, der ist schon tot. Der ist schon tot. Okay. But less. Ich hab einfach mal durch die Tür gesprayt. Das ist alles von Relevanz aus dem Arsch. Da ist noch ne Drohne auf dem Tisch, ne? Wut? Bei uns? Bei mir? Rechts von dir auf dem Tisch. Bei der Couch. Da ist ne Drohne. Schön, Popo. Schön. Oh, shit. Nicht schön, Popo. Swiss, scheiß auf die Kamera. Der kommt da raus. Wo raus? Links. Er kommt, ähm... Ja, du weißt nicht, ob du siehst. Boah, warte, warte, warte. Ich hab einen markiert. Oh, Swiss, jetzt drück, 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 drück. Der ist rausgegangen. Der ist rausgegangen. Ich weiß gar nicht, wo Swiss ist, das Problem, weißt du? Der ist draußen. Der kommt jetzt rein. Markiert. Er ist an der Tür. Können ja Fehler gewesen sein. Ist der immer noch da? Ja. Wie man sieht ja. Markiert ist live. Ist live. Jetzt rennt er außen rum. Sag Bescheid, wenn er an der Tür steht. Wenn er in der Tür steht. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er ist weiter außen rum gelaufen. Kannst du ihn noch sehen? Nein. Er kommt wahrscheinlich wieder durch die... In der Küche ist er los. Unten ist er, unten, 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 hier. Hör, der ist nicht unten. Der ist irgendwo anders. Keine Ahnung. Da ist er. Ach, der ist in dem Nebenraum. Ja, ja, ich weiß. Komm, geht jetzt da in eine Tür? Wo? Könnt ihr einen Live-Spot... Nein, wir können ihn nicht live-Spot... Ist er rein? Weiter rein oder in den Flur oder wieder raus? Weiter rein. Er ist wieder hier. Geht jetzt wieder nach draußen aus dem Fenster. Kommt jetzt vermutlich gleich wieder da vorne bei der Tür. Sag bitte, wenn er hier in der Tür steht. In der Tür nach draußen. Kommt, 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 kommt. Jetzt bin ich kaputt. Scheiße. Kannst... Ich kann auch draußen. Er ist in der Tür. Nee, noch nicht. Oh, zu spät. Popo! Das war für mich das Kommando. Ja, er war auch... Ja, kommt rein! Er tut mir leid, aber das war das Kommando für mich. Fehlansage. In der Tür wollte ich hören. Das war ein bisschen... Er hat genau gerade einen Schritt zurück wieder gemacht. Er ist rein und wieder zurück. Der war komplett weg! Er hat gesagt, das ist schade. Nein, nein. Wo ich geguckt hatte, ist er gerade in die Richtung der Tür und er hat wieder einen Schritt zurück gemacht. Schade, schade. Er hat wahrscheinlich tief gehört. Dann verlierst du durch eine ärztlich diagnostizierte Sehschwäche, ey. Das kann nicht wahr werden. Kann nicht diagnostizieren, ne? Gut. Die erste Runde war mäßig. Die zweite Runde wird besser, ne? Ja. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.